Für mich war es schon von Kindesbeinen an klar, dass ich Bestatter werden möchte. Wir sind hier ein Familienbetrieb mit über 50-jähriger Tradition in Freudenstadt. Ich habe 1993 schon die Prüfung gemacht zum geprüften Bestatter. Ich bin inzwischen Bestattermeister. Wir haben 2018 begonnen in Freudenstadt ein modernes Bestattungshaus zu bauen, welches wir im November 2019 bezogen haben. In unserer geschmackvoll eingerichteten Trauerhalle können wir variabel bestuhlen, dass wir für kleine und große Gruppen immer das passende Ambiente schaffen. In unserem attraktiven Trauercafé bieten wir Ihnen bis zu 72 Sitzplätze, um nach der Trauerfeier noch einmal beisammen zu sein. Wir bieten Ihnen alle Bestattungsdienstleistungen von A bis Z an und wenn das nicht ausreicht, haben wir auch noch Umlaute im Repertoire. Untertitelung im Auftrag des Zardeftes Mein Name ist Stefan Fischer, ich bin Bestatter aus Leidenschaft hier im Großraum Freudenstadt.